Wir haben eine neue Pay2Win Evolution bekommen und bevor ihr euch jetzt denkt, okay, 100k, ich möchte keine 100k für eine Evolution ausgeben, stopp. Ich habe geguckt, welche Spieler man da reinpacken kann und diese Evolution hat es wirklich in Sicht. Also ich werde sie zu 100% machen. Ich zeige euch jetzt die besten 5 Spieler, die für die neue Evolution in Frage kommen. Wenn euch das Video gefällt und weiterhift, vergesst nicht einen Daumen nach oben da lassen und auch gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Also wir haben Samstagabend, kurz nach 19 Uhr und ich war erst ein bisschen traurig, dass diese Evolution 100k gekostet hat. Wir haben hier insgesamt wieder drei Level, die wir machen müssen. Wir bekommen natürlich Einzelstats, Upgrades, wir bekommen Spielstile dazu und ich dachte erst, okay, diese Evolution wird wahrscheinlich nichts Besonderes sein, bis ich geguckt habe, welche Spieler da reinpassen und ich dachte mir so, hä, okay, war das wirklich so gewollt von EA? Okay, und wenn ich euch jetzt die ersten Spieler zeige, dann werdet ihr auch wissen, warum ich das gedacht habe. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt rein, dann könnt ihr es selbst sehen. So, schaut mal hier die erste Karte. Das ist zum Beispiel Salibar, der ist im aktuellen Premier League Tots und der Mann kostet roundabout 900k, so knapp, ja. Und ihr seht auch hier, der ist um 272k gesunken jetzt. Und jetzt fragt sich der ein oder andere, hä, warum ist der denn so extrem gesunken? Ganz einfach, die Evolution ist schuld, ja. Ich zeige euch jetzt mal was. Wenn ihr nämlich seine, ich glaube, ist das seine Winter Wild Card, ich weiß es gar nicht genau vom Karten-Design her, die kostet aktuell 113k auf dem Markt, ja. Wenn ihr die kauft und in die neue Tots Plus Schutz Evolution reinpackt, ja, dann sieht der Mann danach so aus. Guckt euch mal bitte die Stats an, vergleicht die einfach mal mit der 900k Salibar-Karte. Der hat auch drei Playstyle Plus, jetzt natürlich kein Waschbär, aber auch von den Stats hier, ja, die sind jetzt nicht komplett unterschiedlich. Und diese Karte kostet aktuell 213k Münzen und diese Karte kostet 900k. Also die kostet wirklich nur ein Bruchteil. Und ich glaube nicht, dass die Stats hier auf der Karte einen, ja, Unterschied von 600k ungefähr machen, ja. Also wenn ihr diese Karte hier im Verein habt oder noch auf dem Markt kriegt, ist das eine der besten Möglichkeiten, die ihr machen könnt. Das Gleiche gilt für den Mann hier, für Bissek. Ich zeige euch mal seine, seine Tots Karte, die er jetzt hatte. Die kostet 693.000 Münzen. Hat auch drei Playstyle Plus. Und wenn man jetzt die Future Star Karte von Bissek nimmt und die in die Tots Schutz Evolution reinpackt, sieht der extrem gut aus. Guckt euch mal die Stats an. 86 Pace gegen 88 Pace. Schuss ist egal. 83 passen gegen 81 passen. Ist also hier sogar besser als seine Marktkarte. Dann haben wir Dribbling Wert 87 gegen 88. Dann haben wir hier DEV von 91 und 94. Und hier haben wir 90 und auch 94. Und die kostet 116k zu 683k. Das ist wirklich insane. Und da habe ich mir wirklich gedacht, okay, war das jetzt wirklich so gewollt von EA, dass die Karten da reinpassen? Weil das ist schon extrem gut, wie ich finde. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Natürlich habe ich jetzt auch noch gute Evolution Spieler für euch. Auch im Hinblick auf die nächsten Tots, die in den nächsten Wochen noch kommen werden. Zum Beispiel Bundesliga oder League All. Und wir fangen erst mal an mit Borussia Dortmund. Auch wenn Borussia Dortmund heute 4-1 gegen Leipzig verloren hat. Perfekt. Aber Leipzig auch völlig verdient, was die da abgerissen haben. Wenn ihr da die Emre Can Thunderstruck Karte habt. Ein Problem wird wieder sein bei den beliebten Karten. Die sind relativ schwierig auf dem Markt zu bekommen. Deswegen hoffe ich, dass der ein oder andere vielleicht auch eine Untrade Karte im Verein rumliegen hat, die ihr einfach in die Evolution reinpacken kann. Da müsst ihr euch die A nicht kaufen und gebt dann am Ende des Tages nur, in Anführungszeichen, 100k für die neue Evolution auf. Also ihr braucht die Thunderstruck Karte, packt die in die Tots Plus Protector Evolution, also die Tots Plus Schutz Evolution, und bekommt einen richtig kranken Emre Can. Guckt euch mal die Einzelstats an. Das ist so ein krasser Allrounder. Der hat einfach keinen Stat, der richtig rein scheißt, wo du sagst, okay, den Mann kannst du im zentralen defensiven Mittelfeld nicht spielen. Ja, es ist insane. Und dann noch ein Shadow drauf und die Karte ist richtig, richtig gut. Meiner Meinung nach fast schon ein Muss für jeden Borussia Dortmund Fan. Wir machen natürlich weiter, wir überspringen mal eine Karte, weil wir haben ja nicht nur Dortmund-Fans, sondern wahrscheinlich auch Bayern-Fans, ja. Und wenn wir da die Eiskarte von Upamecano nehmen und packen die in die Tots Evolution, ja, sieht der auch richtig, richtig gut aus. Möchte ich jetzt gar nicht zu viel sagen. Ihr seht die Stats ja selbst. Und bevor wir zur nächsten Bayern-Karte kommen, weil das ist eine Evolution-Kombination, machen wir noch diesen Kimpembe. Das ist, glaube ich, eine FC-Pro-Karte, müsste dieses lila Design sein, ja. Kostet aktuell 132.000 Münzen. Und wenn ihr den da reinpackt, habt ihr auch einen stabilen Kimpembe. Kimpembe sieht man gar nicht so oft in diesem FC 24-Jahr. Die vergangenen Jahre war Kimpembe irgendwie besser. Ich weiß nicht, warum. Da war der gefühlt in jedem Team drin. Jetzt sieht man ihn kaum, aber ich denke, mit dieser Tots Evolution-Karte haben wir wieder eine Chance, den im Team einzubauen. By the way, ihr dürft bei dieser Tots Plus Schutz Evolution nicht vergessen, ja. Ihr kriegt die Karten leichter eingebaut, weil die haben hier oben ja das Plus. Und ich glaube, es reicht eine Karte aus der Nation oder aus der Liga, damit die auf Full Chemie kommt. Das wird vor allem bei den nächsten Karten auch interessant, weil, ne, habe ich gerade gesagt Liga, also auf jeden Fall Verein oder Nation. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade Liga gesagt habe. Das wird bei den nächsten Karten auch sehr interessant, beziehungsweise bei der letzten. Vorher aber noch Leon Goretzka. Das ist die erste Evolution-Kombination, ja. Wenn ihr da die In-Form-Karte von ihm habt, könnt ihr die in diese Evolution reinpacken. Ich zeige euch die einmal kurz auf der Konsole. Zwar ist das diese tolle Form-Evolution. Und das Schöne an dieser tollen Form-Evolution ist, die ist komplett for free. Ja, ganz, ganz wichtig. Aber, vergesst nicht, ihr habt für die Freischaltung nur 5 Tage Zeit. Wenn ihr irgendwie den Leon Goretzka machen wollt, lasst euch nicht zu viel Zeit. Ich zeige euch natürlich auch noch, wie er zu Ende evolutioniert aussieht. So, das ist die tolle Form-Evolution. Und dann in die Tots-Schutz-Evolution. Und dann habt ihr einen Leon Goretzka auch hier, der super Wert hat. Alles auf grün, 11 Meter, auf gelb, ja, 11 Meter nicht so gut. Aber ihr müsst mit dem Mann ja auch keine 11 Meter schießen. Jetzt kommen wir noch zu einer sehr, sehr schönen Tots-Plus-Evolution-Kombination. Gerade, weil es wahrscheinlich nicht so leicht ist, den einzubauen. Ja, deswegen ist diese Tots-Plus-Evolution gut. Nation ist jetzt nicht so, dass man sagt, kriegt man easy, gelingt. Und auch Verein ist relativ schwierig, in Anführungszeichen. Geht noch, liegt, oh, bricht man irgendwie hin. Auch hier tolle Form-Evolution, ganz, ganz wichtig. Die zuerst machen, so könnt ihr dann das Maximale rausholen. Und danach dann erst in die Tots-Plus-Schutz-Evolution. Und guckt mal, jetzt habt ihr eine Tots-Plus-Karte. Die Stats sind geisteskrank. Sage ich euch ganz ehrlich, vom Meta-Rating her ist das die beste Karte tatsächlich, die ihr in die neue Evolution reinpacken könnt. Kurz zur Erläuterung, Meta-Rating, das steckt KI hinter, ja. Also KI wird geschult, sage ich mal, oder da wird gelehrt, was die aktuelle Meta in FC24 ist. Also welche Playstyles, welche Stats, welche Körpertypen, etc. Und dann berechnet die KI anhand dieser Faktoren, welches Meta-Rating der Spieler hat. Und je höher das Meta-Rating, desto eher passt er in die Meta rein. Ich zeige euch das jetzt nochmal hier in der Übersicht. Ihr seht hier dann die neue Tots-Schutz-Evolution, die ich ausgewählt habe. Und das hier ist sortiert nach Meta-Rating. Und ihr seht, Zakaria ist da gefühlt die beste Wahl. Ihr habt ja auch noch zwei andere Spieler oder drei andere Spieler auf dem zweiten bis vierten Platz. Die finde ich ehrlich gesagt nicht so interessant, weil man will ja auch irgendwie Karten spielen, die man irgendwie ein bisschen mehr feiert. Okay, bei dem man kann dann sagen, der wird von dem einen oder anderen noch gefeiert. Aber jetzt hier bei den beiden, ich persönlich feiere die jetzt nicht so. Was noch eine gute Überlegung ist, wenn ihr die, ich glaube Road to the Knockout-Karte ist das hier, von Peper habt, ja. Könnt ihr den auch evolutionieren. Peper auch immer ein sehr, sehr guter Endverteidiger. Leider nie so richtig einfach einzubauen. Und durch diese Plus-Evolution ist es halt deutlich einfacher geworden. Aber wenn ihr mich fragt, was meine Favoriten sind, es ist einmal Zakaria, wer ihn fühlt, dann natürlich, wenn ihr habt, den Salibar. Aber auch Bissek ist eine sehr, sehr geile Karte, die man da evolutionieren kann. Und als Dortmund-Fan natürlich Emrejan. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welche Karte ihr in die Evolution reinpackt oder ob ihr vielleicht noch andere versteckte Evolutions gefunden habt, die ihr den restlichen Leuten aus der Community empfehlen wollt. Und ansonsten bedanke ich mich mal wieder für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch es gefallen hat, natürlich gerne Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, Glock aktivieren. Bleibt gesund, bis zum nächsten Video, haut rein, euer Z.